Ich war zu schnell. Schönen guten Abend. Ich grüße Sie ganz herzlich hier zu Ihrem Wetter vor acht und das Sturmtief, Schrägstrich im Norden Orkantief Wenke, ist nun abgezogen und wir gucken mal auf den Satellitenfilm. Ich zeige mit meiner Hand mal genau rein. Das hier ist der Kern des Tiefs, zieht geradewegs nach Norden. Hier ist Skandinavien, hier sind wir. Und was Sie hier westlich von uns sehen, das ist Höhenkaltluft. Das sieht so ein bisschen wie so ein Streuselkuchen aus. Und wenn es oben ziemlich kalt ist und die Differenz der Temperaturen zwischen oben und unten groß, dann produziert das eben sehr viel Vertikalbewegung und mit dieser dann wiederum Schauer und möglicherweise Gewitter. Und dieses ganze Gebiet schiebt sich ein bisschen in unsere Richtung. Und wenn man dann nicht oben im Satelliten ist, sondern unten steht, wie Uwe Schmale das heute gemacht hat, Ich versichere Ihnen, er ist auch ordentlich nass geworden. Als er dann auf Sylt hier fotografiert hat zwischen den Schauern, dann kann man so ein wundervolles Licht einfangen. Und das mit der Kaltluft ist eben ein Thema für oben, nicht unbedingt für unten. Also es kehrt jetzt kein richtiger Winter ein. Das ist der 15-Tage-Trend für München. Sie sehen, es geht in den nächsten Tagen sogar rauf, leicht föhnig, dann am Montag Temperaturen bis 14 Grad. Wie wir dann hier in den März einsteigen, das ist im Moment noch ziemlich unklar. Es gibt noch ein anderes großes Thema. Wir gucken hier gleich auf die Wettervorschau. Das ist die aktuelle Situation. Und hinweisen möchte ich Sie hier auf das, was so klein aussieht. Und das, was hier über dem Alpenraum violett eingefärbt ist, das ist nämlich Schnee. Und es schneit in einigen Regionen wirklich deftig. Auch in Innsbruck hat man das heute erlebt. Aber vor allen Dingen geht es mir jetzt um die Brenner-Autobahn. Die ist nämlich gesperrt von Nord nach Süd wegen der Schneefälle. Wir haben dort jetzt 70 Zentimeter Schneehöhe. Man versucht derzeit zu räumen. Also für alle, die da jetzt runterfahren wollen, ein dickes Achtung, kommt man nicht weiter. Man versucht zu räumen. Das ist zwischen den LKWs aber teilweise sehr schwer. Jetzt lassen wir den Film noch flott laufen. Da sehen Sie, dass sich dieses Schneegebiet dann nur langsam zurückzieht. Dann kommt hier ein neues Tief über Nordspanien, Frankreich rein. Und dann gibt es südlich der Alpen nochmal Schneefälle. Die Region, die ja bisher wenig abbekommen hat in diesem Winter. Wir gucken auf die Wetterentwicklung kommende Nacht. Glätte örtlich in Bayern. Das ist dann die Nässe, die gefrieren kann. Im Westen einzelne Schauer. Weiter nach Osten ist es ruhiger. Temperaturen morgen früh in der Osthälfte minus 2 bis 2. Unter den Wolken im Westen 3 bis 5 Grad. Morgen der Vormittag gestaltet sich so, dass in der Westhälfte Schauer und Graupelschauer, Schneefallgrenze bei 500, 600 Metern und Gewitter möglich sind. Im Osten trocken. Gilt auch für den Nachmittag. Die Schauer werden etwas intensiver und die Temperaturen, die liegen dann bei Höchstwerten im Dresdenraum bis 13, sonst 7 bis 11 Grad. Dazu ein Wind zumeist aus Südwest. Das sind die Aussichten. Da haben wir eine Verteilung, die im Osten freundlicheres Wetter bedeutet, am Sonntag und Montag. Im Westen gibt es immer wieder Schauer. Das ist eben die berühmte Höhe-Taltriff. Das war es vom Wetter. Einen schönen Abend bis dahin und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017